Ein Sonntagsracher der Extra-Klasse. Wir sprengen jetzt schon wieder schier den Helden fort. Und zwar vom Thomas aus Isarwinkel. Europäische Weltklasse. Aber es gibt noch einen informativen Teil. Ab am 1. August bin ich bei SWR 3. Morgens zwischen 9 Uhr und 12 Uhr gibt es immer wieder mal einen Kracher vom Olli. Und ab 8. August bin ich Club-Comedian bei SWR 3. Wer hätte auch das gedacht, mir explodiert schon wieder der Helm. Aber jetzt zum eigentlichen Kern meines heutigen Daseins. Eine Frau läuft morgens an der Zoohandlung vorbei und vor der Zoohandlung sitzt ein Papagei. Und als die Frau vorbeiläuft, sagt er, yes, gute Frau, sind Sie hässlich? Sie geht in die Zoohandlung und sagt zu dem Chef, sie, also der Papagei, das geht so gar nicht. Der Chef geht raus und sagt zu dem Papagei, wenn du es noch einmal sagst, dreht er den Kragen rum. Am nächsten Morgen läuft die Frau wieder vorbei, der Papagei sitzt draußen. Er guckt sie an und sagt, ich sag nichts. Aber du weißt Bescheid. Ich sag nichts. Aber du weißt Bescheid. Ich sag nichts.